oh mein gott also hallo an alle chance und alle zuschauer hier und ich schauen uns heute die plattform core an oder core games mittlerweile seit 17 uhr sogar im epic store verfügbar das wusste ich gar nicht was aber wirklich ziemlich geil ist weil sonst war das alles von der seite ein eigener launcher core nutzt wenn ich soweit richtig das auch sehe die unreal engine und bietet eine plattform für auch herangehende programmierer eigene spiele zu machen ich habe das ganze vor einem halben jahr schon mal gemacht und da sah das bei weitem nicht so schön und ausgearbeitet aus und mittlerweile gibt es unmengen an spielen die man machen kann also alles was ihr hier seht in im hub sind eigene oder einzelne mini spiele es gibt die die allgemein beliebten die wo gerade spiele aktiv sind und die die das invitational gewonnen haben also die ausgezeichneten spiele und da gibt es halt auch wieder in unterschiedlichen challenges neuen preispool also jetzt von april bis mai ist das nächste ding und wir hatten letzte mal haben wir sachen wie mini golf gespielt kann also ihr könnt euch vorstellen ihr könnt rennen bauen ihr könnt ego shooter bauen ihr könnt ganze rpgs bauen hier ist ein hero academia rpg wo man ein charakter von level 1 anfängt und so weiter es gibt battle royale es gibt deathruns es gibt adventure maps und so weiter und so fort und sehr viele leute haben sehr viel effort hier reingesteckt um spiele zu machen und wir schauen uns die plattform heute mal zusammen an und zocken ein zwei sachen solltet ihr über einen der tweets von brillox von pia oder von mir das spiel schon runtergeladen haben könnt ihr sicher gleich auch einfach nach connecten denn die ganzen sachen sind grundsätzlich immer public und startet mit eigenen runden und deswegen sollte der spiel haben könnt ihr sehr wahrscheinlich in vielen sachen einfach mitmachen ist dann auch lustiger vor allem können wir dann auch vielleicht ein battle royale oder so gleich spielen ansonsten ihr könnt den link unter der video beschreibung oder in unter dem stream oder im chat einfach mal anklicken das ganze runterladen das ist free to play ihr könnt euch ingame cosmetics kaufen ihr seht bei mir halt mein charakter und mein mount das sind halt skins ansonsten könnt ihr euren charakter so gestalten wie zum beispiel hier die leute die hier in der mitte stehen davon haben viele den standardchar und darum geht es eigentlich die spiele selbst könnt ihr gratis alle spielen die leute die die spiele machen haben die möglichkeit in ihrem eigenen spiel im spiel zwar sachen für echtgeld anzubieten also für eine währung das ist aber immer von game zu game dann also unterschiedlich und hat nichts mit dem eigentlichen mit der eigentlichen engine zu tun das ding bietet die möglichkeit einfach hier zu zocken wie wir das heute machen weil zum zuschauen schöner ist aber ihr könnt auch über das programm die einzelnen spiele createn also der creator ist direkt mit drin ihr könnt hier neue projekte einfach machen und loslegen und das ist sehr komplex und leider auch außerhalb meiner möglichkeiten wenn man sich da nicht rein liest aber wer da bock drauf hat und in sowas halt passiert ist der kann hier auch sein eigenes spiel präsentieren und ich bin gespannt was da in zukunft noch so kommt wenn ihr euch mein video dazu anschauen der vergleich von von einem halben jahr zu jetzt ist absolut enorm also als ich mich heute in dieses hub hier eingeloggt habe das ist echt schön und jetzt wenn pia fertig gefühlt hat legen ich habe fertig ich bin ready das einzige was ich mich gerade noch frage denn das habe ich tatsächlich nicht gefunden kann ich meinen geschlecht ändern ja du drückst in kane my collection das ist das da habe ich aber ich habe create gedrückt das war der fehler dass das habe ich gesucht wurde jede menge kranke skins bekommen ach du heilige ich habe mich gerade auf den t-rex gesetzt ach so ja stimmt ich habe mich auf jindujune gesetzt also ich finde es interessant dass eines der beliebtesten spiele ein vollwertiges rp-game ist also dieses hero academia da stellst du dir ein charakter auf level 1 und musst dann erst trainieren und leveln und bekommst dann random eine hero ability und levelst dann weiter in gruppen und so weiter also manche haben hier wahrscheinlich in anfang gefunden wie kann ich auf meinen mount springen g wie gustav du hast auch den t-rex das ist ein raptor das ist ein t-rex das ist ein raptor das ist ein raptor du hast gerade t-rex gesagt die guckte die füße von dem an der hat diese große kralle das ist von der raptor kralle die ganze form ist also die ganze form ist ein raptor die art wie er läuft ist ein raptor auch ein echter dino ja ja okay ja 23 123 123 gesagt ja auf 3 aber dann wäre nicht gedrückt wir auf drei heißt wenn ich drei sagt das ist alles geht in österreich anders scheiße erzählt man dann von drei runde ich glaube ich bin nicht mit euch in der lobby 321 3 oh mein gott was ich habe ich habe ja nur krass erleichter weil man darf ich schon ja du musst ein ball platzieren auf der fläche und dann ziehst du nach hinten und ich muss auch noch mal neu starten ich habe leider jetzt ich habe den ball platziert und geschubst ach so ne ich habe nicht auf 4 gedrückt ich habe das teams delay mit einrichten dann war das der fehler ich habe nämlich gegen prediktive ja ja ich habe das mache ich immer und machen wir noch mal probieren also ja warte ich werde jetzt noch mal kein hole in one machen jetzt mal jetzt mal honestly das fühlt sich aber finde ich so vom playstyle fast geiler an als das mini golf von steam also das läuft smoover es läuft smoover ja aber das liegt daran dass golf is your friends kacke programmiert wurde ja aber das heißt ja auch dass das hier cool ist das heißt wir könnten zukünftig das hier spielen ja aber du kannst also dadurch dass das alles public games sind kannst keine private lobby machen du spielst halt immer eine rotation das muss ich noch hinzufügen dass das wäre eigentlich ist es wenn man es beschreiben möchte ist core eigentlich ein spielplatz im internet ja also es ist so ein hub also wirklich ein hub mit ganz vielen minigames im internet das video es ist von warum willst du nicht spielplatz dazu sagen das muss safe sein ich bin mit pia in der lobby und mit jahr und jetzt ja wollen wir spielen roll im etc heißt das das ist ein wettrennen also wir sind alles murmeln und es ist ein race aber marbles und streamen aber du steuer selber genau ja ich bin krass oh gott ist eine krasse nicht schon wieder so was ganz aber böse shortkarten ja 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 das war jetzt ja 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 das war jetzt ja ja da hat gewonnen was war ja hier neue runde das gefühlt nur zu früh lennart hallo oben läuft ein timer jetzt geht es ja jetzt mal trotzdem erste ansicht voll durch voll durch ging nicht mit leertaste hüpfen minimal das sagst du jetzt ja das stand in den nasi das ding ist nicht durchgelassen ach nein das spiegelei nimm mich warum habe ich denn manchmal habe ich einen grauen screen ja weil dann die map wechselt dann ist einer durch so schnell guck mal die und jetzt bumm ich bin ja schon durch ach so deswegen ist das die schlechtere version ich glaube die hat noch maps wind ich bin ich bin weg ist das einfach und das ist ja wahrscheinlich komplizierter aus richtig dick an laufen ja 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 bringt was aber willst du jetzt was ist die beste linie links links und dann über die jumppades sehe ich mich doch rollt t schmiert ab ja ja habe ich doch schon gesehen dass er da abschmiert oder da komme ich aber an gerade wo bist du denn da komme ich aber an jetzt nicht der wiss das ist ganz sicher ja weil das ziel 360er von finde ich bin da bin ich eigentlich passiert nein ich dachte was ist noch hinter mir du bist doch runter gefallen nach weiter nein nein ich habe den start man nicht weiter wählt ab wenn du einmal raus bist es ende ich will das macht aber bock da da könnte ich wirklich da brauchst du echt ein bisschen rufen nur das war nichts das war nichts jetzt neue runde jetzt die zählt die zählt ja ich springe jetzt runter und habe ich auch das war perfektes timing meins war krasser das sind krasse tricks ich war nach rechts ja oh mein gott ich bin ja komplett weg ihr seid ich sehe euch gar nicht mehr runter gefallen ich auch aber einer ist noch weiter vorne ist aber jetzt bin ich bin durch ich komme ich schaffe das nicht nein es kommt nicht wieder letzten drücker ich hab's ja okay da muss man bunny haben das war schon eine schwere map ja okay jetzt du jetzt auf das ist das denn wir das level 20 up and over okay ich bin's ja pia führt gerade sogar ja aber was passiert jetzt das sind bounce pads und die sind wichtig ich hab's ich hab's ich hiebe mich hoch ich hiebe mich hoch ich fall ja du musst ja bist du schwer für den tonnade oder was ach du musst gar nichts mehr du musst wirklich nur lenken nein 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 nur lenken ich nehme den shortcut des todes nur die profis machen den wo bin ich oh mein gott und das war es aber extrem nein aber der kennt die map doch schon den machst du doch nicht on the fly ja du kennt die maps wird schon dreht deswegen wollte ich uns hier auch einladen gestern nacht so lange gespielt drei stunden hier die maps und jetzt um hier flexen zu können ich feier die mucke halt einfach mega mir leider zu leise wie auch relativ leise noch nie dies mehr gut ich hab das ist keine gute idee ja das war dadurch oder nach ich komme ich komme nicht mal über das er hat immer nur das erste das nächste spiel sollte pia aussuchen ja mal jetzt das scheint nicht einfach zu sein das sind nämlich so drei freaky führt das kann nicht sein dass freaky führt ich bin da ja das war ja also das muss ja doch eine einfache map gewesen die war aber kurz mehr 35 sieht wieder wild aus hier musst du böse abbremsen jawoll jawoll kann ich da auf dem roten nicht springen doch eigentlich schon du kannst auf den roten boden nicht springen ist aber geil wie macht mir das alle ja wieso das champion also ich muss erst einmal hoch hüpfen und dann mit dem zweiten sprung schaffe ich dass sie erst die haben das alle im ersten ging aber du fliegst ja hoch wenn du da draufläufst holst aber der erste sprung hat okay der ist jetzt wichtig ich gehe direkt rein ja ja nein ich habe das ding ich habe es gesehen aber es kommt auch noch ein hashtag das ist der böse hier nein und ich baue ich gehe drüber oh mein gott das ist der wildeste shortcut das war krank ich bin in den richtigen bunny hop nicht hin also du musst ja nicht wenn du landes drücken oder manchmal bei uns dann noch mal so ja das war geil die 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 hier ja weil du jetzt direkt schon siehst wo du hin musst jetzt hier hoch wie man ja nico robin ist aber knapp vor mir ich wollte vorschießen wilder push ich hätte einen kassiert aber ich habe geprüft die ist dies kurz dies auch kurz zu früh perfekt nicht mal also ich war das war insane kann ja keiner vor mir sein ich hole auf die kurven nicht maximal sich im shortcut oh mein gott hat der lag ja mein schlaf war kack aber die zählt jetzt die zählt ja mein schlaf war gut du bist nicht vor mir du bist vierter ich bin runtergefallen ich nehme hier den weiten weg um speed zu behalten diesen trick kennen nur profis ok ich habe komplett verkackt ich bin noch am start bin raus noch nicht mal im ersten check trifft dass die davon ich versuche dass wir richtig ich habe den boost nicht bekommen ich glaube du darfst nicht springen oder auf den jump an weil sie nicht und jetzt mal die ist doch safe letzt level dann wechseln ok jetzt oder nicht ob hier war vorne ich habe hier oben ich gehe für das volle risiko ich habe keinen guten turn hier und hoch 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 da sind welche wie eng ich das fahr ja ich hab's ja 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 noch eine noch eine noch eine noch eine noch eine zählt nicht jetzt aber jetzt die dieses sind sich alle einig ja ich war zu früh oh ne es war perfekt okay die zählt erst einmal wie ich die allerletzte jetzt das ist aber jetzt die letzte vier nicht dass du noch eine forderst ich hätte schon lange geskippt das nimmt mir keiner mehr ich hab den jump nicht bekommen nein komm, let's go noch eine, noch eine ich bin durch will ich gar nicht wissen hab extra ins kosmetikmenü gegangen will ich gar nicht wissen wer gewonnen hat warte ich sehe euch beide ja jawoll the dropper spielen wir was ist das warte level 1 ja ja purple rage warte ist bier auch da ich bin da ich bin da also wenn du da durch gehst geht das schon los versuch level 1 zu schaffen du fällst runter und darfst den boden halt nicht berühren warte mal wo ist das in der luft lenken die grüne wand medium achso ach nee wir müssen ach wir du hast medium gestartet es gibt noch was einfacheres moment wo was oh easy level 1 ja doch ich geh auf easy level 1 blue room wo 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 ah da hinten okay du steuerst nur mit wer ist eben oder das ist ein dropper game das ist ein ganz also das ist level 1 geschafft was ist meine mission runterfallen ah aber nicht ohne die sachen zu berühren ah also level 1 ist clear hab ich auch level 1 level 2 hab ich auch war nicht safe weil ich nicht wusste was ich machen muss aber im droppen bin ich ja nicht so schlecht das hatten wir ja vorhin schon level 2 ist okay level 2 ist safe dann machen wir direkt medium level purple medium okay das habe ich grad schon nicht geschafft ja doch 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 ach du ach du ach du oh okay okay das ist aber deutlich schwerer ja also das wo ist das denn medium wenn das andere einfach war ich bitte euch ach du scheiße what the hell das ist halt so ein knappes ding wie strafe ich denn du kannst nur lenken du musst halt ist das hart ne oh ich spiel hart oder was oh ups und ich hab gedacht hä oh ich glaub wenn du ich glaub wenn du nach vorne guckst kannst du mehr lenken als wenn du versuchst seitlich oder rückwärts zu fliegen naja jetzt hab ich's nein ich ach da war noch eins und ich hab ich gefragt warum ich zu dumm bin das hinzukriegen und die da überall so durchkommen aber du machst nur WSAD oder? ja ja ach da was ist das für ein lsd trip ok ok medium 1 safe ja dann lass direkt nur den 2 ok the wicked toilet wird geil das versteh ich nicht medium 1 ist krass pia ich weiß nicht ob das ja ja aber was warum der eine der hier runter fliegt der strafet aber ganz ganz wild also irgendwas kannst du noch machen ah ok ich glaub das ist wirklich äh so wenn du wenig momentum in der luft hast dann kannst du das auch nicht mitnehmen du musst wirklich mit speed runterspringen schon um auf große kurven fliehen zu können ja ich weiß dass da hallo bei medium 3 ist aber ich muss ja nano nicht überall hinterher laufen wenn ich grad das andere machen möchte jaja mach in ruhe mach in ruhe mach in ruhe hast du schon mit medium 3 da noch? medium 2 ich bin grad sogar einmal in medium 1 gesprungen ich weiß auch nicht wo der optimale weg ist da überlege ich grad auch noch äh doch ja ich hab ihn du auch? was? äh auf dem ja ich bin durch ich bin durch medium kühlkasten runter oder? ne ich bin mittig auf dem kühlkasten kann man surfen achso ne hab ich nicht gemacht bin wild scheiße probier das nochmal ach man okay jetzt okay das wird aber gehen ja ich hab's auch können wir den 3? ja das guessing game ist halt ich hatte so viel glück am anfang okay das ist ja wohl beschiss das ist halt oh ist das denn immer gleich oder wirklich random? das ist immer gleich ne das ist komplett random das guessing? ja ja das ist komplett random moment echt jetzt seid ihr auch schon ist auch bei medium 3? ich war bei medium 3 ich versuch das schon die ganze Zeit das kannst du vergessen das ist komplett random ne der erste ist immer unten rechts der erste ist immer unten rechts oh es sind nicht nur Farben das Problem ne ich glaub es doch nicht random ne eher unten rechts und links unten rechts und dann wieder rechts aaah ne der und dann der was ist das? und dann oben rechts wahrscheinlich ne ok die resten dann halt aber was ich bin am Boden gesch- ey das ist aber safe das ist easy wie viele äh vier ne drei glaub ich sogar nur der der und dann vielleicht der ne vielleicht bin ich auch einfach zu jung für diese Spieler ja nein medium 4 let's go brrr einfach bleiben? ne unten rechts und links und dann oben rechts ja geht das dann vielleicht doch gar nicht so einfach oh das ist er 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 merken ich Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Dann muss ich da ganz rüber. Jawohl, Dal, wo ist der letzte? Oh, ich habe's. Hä? Was ist denn am Ende? Ach, dann muss ich auch noch auf dem richtigen Land. Ach so, oh, dann hatte ich aber Glück gehabt. Ach, das können wir doch. Das war doch safe. Let's go, brr, ist easy. Jetzt habe ich auch einen richtigen. Nein! Wie soll das denn gehen? Oh nein, 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 nein. Pia, du musst auch gucken, bevor du... Hast du Let's Go Brit schon durch? Ich glall immer am Ende. Also ich lande immer neben der Plattform. Nein, ich bin schon wieder runter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin so dumm. Pia, Pia, konzentrier dich. Konzentration jetzt. Das ist ja nicht so schwer. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Ich komm doch nicht dumm. Ich weiß nicht, ob du da einen Weg nimmst als ich. Ich choke am auch gerade wild rein. Warte, ich flieg dir mal hinterher. Wo bist du denn? Ja, ich flieg. Hast du mich gerade runter geädetet? Ich hiete jetzt gerade. Ja. Ach, da gehst du lang. Jawoll! Ach, das ist... Ich weiß nicht, ob du vielleicht geht das gar nicht. Doch, der sah besser aus als mein Weg, aber jetzt hab ich vergessen. Jawoll! Hast du es geschafft, Pia? Ja, Mudhole, Level 4. Halt. Ja? Ja? Herzhaft. Ich glaub, ich bin's, Zalu! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich war genau hinter dir. Ich bin's, ich bin's, äh, Cardboard Team. Nice! Rein! Das muss ich die anderen alle nicht schaffen, weil ich das Schwerste geschafft hab. Okay, ich hab's auch, Zalu. Okay, das ist safe, das ist safe. Cardboard Team ist easy. Okay. Habe ich immer noch nicht geschafft, aber das war, das war, ich bin aus Versehen fast reingefallen schon. Hä? Einfach durch die Mitte? Ach, mein Headster ist gleich alle, mein Headster ist gleich alle. Was ist gleich alle? Mein Headster, ich muss gleich den Akku wechseln. Also... Oh, hä? Oh, mein Gott. Ich hab's! Nein, ich verpasst das! Aber ich hab mega Glück gehabt, ich hab ihm geschwärt. Das ist reingewagt, ich hab's gesehen, du faker. Nee, ich war aber drinnen. Ja, der geschummelt hat, äh... Ich mach das nochmal. Ja, mach das nochmal. Die Geräusche, ey, das sind immer vier Leute nebeneinander aufgeklatscht. Ich hab's wieder, Dalu. Ich hab's wirklich wieder. Das ist aber, ey, du kannst einfach nur da runterfallen eigentlich. Zeig mir mal den Weg, den du nimmst. Ja, guck mal. Ja, warte, ich bin genau hinter dir, wo bist du? Ja, ich seh dich. Ja, ich geh vor. Ja, ich zieh dich nachher, ja. Und dann jetzt ganz scharf rechts halten. Aber mit ein bisschen Anlauf. Ja, ich hab's ganz legit geschafft. Bist du durchgekommen? Ja, ja, ganz ohne Bug. Also ich hab... Nee, oh mein Gott, das geht aber wirklich einfach. Also das ist ja... Das war schon. Das war schon. Ich bin wieder da. Also das war safe. Da gab's auch im Chat, haben alle Zuspruch gegeben. Nein, schau, schau mal wirklich jetzt. Ich zeig dir wirklich die einfach an mir. Also das schaffst du fünf von fünf. Nein, wirklich jetzt. Ja, warte, ich komm auch rein. Also ich bin jetzt da. Alter, was ist das denn für ein Klo? So, du siehst diesen blauen Nippel? Halt dich da links an der Wand einfach jetzt. Ganz links an der Wand. Und dann nach rechts. Ja, ich hab's auch geschafft. Also ich hab's wirklich auch geschafft. Hast du nicht, hast du nicht. Hab ich ehrlich? Ich hab nicht wegklatschen gehört. Zeig, zeig, zeig. Das war clean. Hinter mir ist jemand gestorben. Ja, das war nicht ich. Ich hab's wirklich geschafft. Okay, ja, machen wir mal. Soll ich mich rein? Oh, scheiße, weggebaut. Ist egal, bin trotzdem durch. Und wieder geschafft. So, können wir jetzt weitergehen? Was, das zählt nicht? Und Pia hat schon Mud Hole gemacht? Mud Hole ist mega geil. Das hast du schon gemacht? Ja, Mud Hole hat das gemacht. Ich lebe in vier hart. Ja. Ich hab ihn mehr oder weniger angefangen. Warte, wo ist denn Hard 1? Da, Gabe. The Cave. Liegt ihr mal hinterher? Ich seh hier noch gar nichts. Also, wir mussten die hinterher fliegen. Oh! Ich bin aber schon weit gekommen fürs erste Mal. Ach, Moment. Ich seh halt nicht mal, wo es da lang gehen soll. Du musst wirklich... Nein, ich bin noch als Leiche reingefallen. Das musst du auch zählen. Moment, wo ist denn der Ursprungsweg? Oh. Was macht der gerade? Der 5. Der 5. Hard 1. Aber da seh ich nicht mal wohin. Naja, das ist ein bisschen wilds hier. Oh. Oh, ja. Ja. Ich bin's. Ja. Du musst mir sagen, woher. Ich zeig's, ich bin hinter dir. Bin drin. Bist du dran? Ja. Ich weiß, ich glaube, ich bin hier lang. Lass mal hier probieren. Weiße. Ne, da war's nicht. Jedes Mal, wenn ich vorne, verliere ich einfach den Überblick, wo ich bin. Ja, ich grad auch. Ich wüsste nicht mal, wo ich hier bin. Hier bin ich lang. Hier bin ich lang. Hier bin ich lang. Steuert ihr? Geht ihr? Also guckt ihr nach unten? Ja. Ich guck nach unten? Ja. Ich guck nach unten. Ich guck ganz schnell nach unten auch. Okay, das ist aber der Weg. Das ist der Weg. Komm, komm, komm. Wenn du die Dinger seitlich triffst, kannst du auch so ein bisschen surfen. Ich weiß nicht, ob man da klingen durch kann ohne anecken. Scheiße. Da hinten ist das Ziel. Oh, ich bin eben dem Ziel aufgeklatscht. Okay, okay. Ich will. Lennart, mach das nochmal. Legit bitte. Lennart, geschummelt. Nee, geschummelt. Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie ich es den Anfang gemacht habe. Ich bin jetzt immer runtergesprungen. Was ist denn das? Das ist ja viel zu schwer. V-Komm an First Person. Und wir First Person bringen mit meinem Design nichts, glaube ich. Ne, mein Design ist ganz schlimm für First Person. Ich finde First Person besser. Da musst du nach rechts durch. Ja, hast du wirklich schon matt gemacht? Ja, es gibt so einen Clip davon. Wenn du mir nicht glaubst. Ne, ich war da ja noch gar nicht. Ich kenne das Level noch nicht. Also ne, ich habe aus Versehen damit angefangen, weil ich nicht gecheckt habe, dass das der schwerste Level ist. Und ich habe das so lange gemacht, bis ich es hatte. Aber hat eins ist schon echt schwer. Wobei... Lass mal, lass mal zusammen jetzt das letzte machen. Ja, ich dachte extrem, aber das ist coming soon. Okay, ich gehe auch mal Mattow, Lennart. Ja. Das hat Pia geschafft. Also ich lass mich einfach fallen. Ich fall auch erstmal. Das ist deine Erwartungshaltung, dass ich es geschafft habe, weil ich mich fallen lassen habe. Schön. Ich hab's nen First Try. Haha. Ich auch. Ja. Gut. Ja. Das haben die auch so auf die falsche Seite gesetzt. Das soll ich glaub ich beim Blau sein. Ich bin drin. Okay, wir sind alle drin. Boah, jetzt. Rocket League ist nicht krass. Wollte grad sagen, das sieht aus wie die Rocket League Arena. Das müssen wir machen, nur gegen den Ball laufen. Der ist kein Lobby-Gameplay. Jetzt nimmer kann, glaub ich... Okay, ich bin... Alter, ich hab keinen Kopf mehr. Ich bin Team Blau. Wir sind beide Blau. Push! Oh, Pia hat Luft. Ich glaub Linksklick hast du. Bei mir passiert nichts bei Linksklick. Doch. Linksklick. Boop. Oh, ist das denn? Was passiert denn bei Linksklick? Oh, hier, pass. Jetzt. Voranliegen. Falsche Richtung. Ich komme. Nein. Oh, no. Alter, der hat... Schwierig. Ja, ich bin's, ich bin's. Oh, wo ist er? Ach, man kann doch springen. Oben. Ein guter Rückpass. Kann man in die Wand legen oder so? Warum schießt der denn? Ich hab mein eigenes Schmerz. Warum läuft der denn auch zu unserem Tor damit? Oh, den... Ich muss... Jetzt aber, ja, das ist die Bude. Ja, ich kam nicht ran. Okay, hab ich, hab ich, hab ich. Jetzt musst du hochsteigen, steck hoch. Boah. Das ist gar nicht so einfach. Der schießt doch in die Richtung, in die du schaust, oder? Boah, hast du gesehen? Nee, da wo du den Ball triffst. Wie hast denn du den Salto gemacht? Doppelsprung. Ja, und weg damit. Oh, der kommt, der kommt gut. Mann, erstmal weg. Geh weiter. Ja. Schieb. No, no, no. Es gibt... Also, macht der bei denen eine Animation? Nee, nee. Jawoll. Ja, jawoll. Da ist das Eigentor. Drin. Der kommt gut. Der kommt gut. Jetzt rein. Nein. Wir sind beide hingesprungen, die Affen. Oh Mann, oh Mann. Das gibt ne Bude. Unser Team mit... Nein. Nein. Aber eins. Also, ich bin jetzt wenigstens im Tor. Sieht schlecht. Nein. Nein. Ich wollte nicht schießen. Der kommt aber gut. Ich bleib mit dem Kasten. Nein. Wo ist er? Oh nein. Oh no. Ich weiß, dass ich im gegnerischen Team von denen bin. Ich bin doch nicht dumm. Was ist denn mit euch? Oh, das ist er. Das war's. 1-0. Ich muss hinbringen. Jetzt in die Mitte. Ja. Ich lauere am 16er. Ich glaube nicht, ich bin zu dumm Farben zu lesen. Was ist denn mit meinem Chat los? Ich lauere am 16er. Oh. Ich brauche den. Ich bring den. Ich block. Ich foul. Ja. Jetzt. Ich kann es nicht foulen. Der Ball. Wie für den Kopfball? Oh. Scheiße. Jesus. Oh mein Gott, ich kann hier. Der ist unglaublich gut. 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 Ich komm da nicht ran. Ich komm da nicht ran. Das wir doch nicht hinfliegen. Doch. Nein. Ah. Nein. Weil wir keinen im Kasten haben. Wir haben 16 Sekunden. 15 Sekunden, um den Tor zu machen. Das ist ein. Ja. Unterdachten. Das Spiel ist vorbei. 13 Sekunden. Alter. 10 Sekunden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Den mach ich mir selber rein, oder? Wo ist der Ball? Der hat vorne gejeetet. Overtime. Oh mein Gott. Gold. Oh mein Gott. Rüber damit. Rüber damit. Komm. Schießt der denn nicht? Ich bleib hinten. Wo ist er hinten? Ah, da hinten. Okay. Boah, den lege ich mir selber vor. Ich stürme. Den Kick hast und der kommt da. Ich bleib safe. Ihr macht das. Oh oh. Oh. Lennart für dich. Wir gehen erstmal quer. Und jetzt fahren wir doch nicht selber. Oh. Ich geh in den Kasten. Manchmal schießt der so schwach bei mir. Ich bin vorbeigesprungen. Wie ein Profi. Ach du Scheiß. Was hat der denn? Oh mein Gott. Was ist das für ein Schuss? Bitte. Der hat mich rausgefischt. Der war krank. Der war krank. Was macht denn Rechtsklick? Ist Rechtsklick besser als Links? Das Tutorial habe ich nicht gelesen. Ne, habe ich wenigstens. Ne, habe ich wenigstens. Oh, das war's. Bumm. Oh, der wurde doch abgefälscht. Weg. Oh, hast du das gesehen? Von dem ich dazwischen gejietet bin. Der Ball ist weg. Der Ball ist weg. Pia holt. Ne. Ich geh, warte. Ich geh. Der Ball ist weg. Komm nicht durch. Ich kann nicht. Ich komme nicht raus. Der Ball ist weg. Scheiße. Der Ball ist im Aus. Da hat dort keiner einen Ball hingeschoben. Mann, und wir hatten nur einen. Da liegt der Ball. Einfach fest. Der liegt der Ball. Also der ist näher an dem Tor. das ist nicht dein ernst wir haben das erste tor geschossen wir haben gewonnen das 1 so bekommen weil wir gedacht haben das vorbei ist ja mein helm ist weg ich glaube ich bin wie viele sind wir in der lobby 16 größer ist gedacht die map holy moly aber die leute die korn entwickelt haben bauen die auch selber spielen oder ist das jetzt auch wirklich von ihrem community typen der das gebaut hat das auch wieder von dem community das ist krass mal wie groß die map ist darunter ich bin super gespannt versuche jetzt nicht wieder als erstes raus zu fliegen das ist eine andere map ist ja voll viel da oben rechts auf dem heli landeplatz oder was das da ist soweit hinten war ich noch gar nicht du bist größer als fort weil ich noch drin ja ich bin noch drin also also im flieger ja klar ich bin bis zum ende durch ja ich habe auch eine idee das könnte dumm sein was ich mache mein fallschirm viel zu früh gezogen ja wer nicht die hat schon gut oder was ja lila lud ich habe legendär ok ich habe eine pistole ich habe nur eine pistole da habe ich wurde abgesnackt was ist du ja nicht gesehen kann ich zugucken nur anscheinend über die map vorgott er ist ja ich bei mich eben kein stress alles gut alles gut spielt das in ruhe runter land hat ja auch gewartet vorher alles gut mein kack rechner hat leider ein bisschen zu kämpfen gerade aber ich lebe noch was habe ich denn hier für waffen eigentlich hast du mal einen kill gemacht hallo ich habe schon drei bin gleich tot ja war da alles ein bisschen angeschlagen jetzt kein hate hier oder so schon angeschlagen ich habe keine guten waffen leider stimmt ihr schuldig ja auch noch nach der letzte runde gewonnen ach ja sicher auch noch hallo wenn dann machen wir das richtig lennart hat die kohle der hat ohne ende der ist reich der verliert manchmal verschenkt er verliert manchmal absichtlich damit wir nicht haben oh shit ich glaube ich habe alle meine guten waffen weg weißt du wovon es viel zu wenig heilabandagen oh ne kacke und lennart gewinnt weil er ja wer beschießt auf mich ja ja fest auf 4 seid ihr schon aber ich glaube da wird keiner von euch riert to be honest ich habe dich so schön abgekämmt ich habe es gespielt wie ein weltmeister aber man ist du hast ein hp und der lag zu böse ich hatte vorher schon nicht ich habe dir einen hätte gegeben meine sense ach ich muss die sense einstellen ich glaube der macht dich aber bollatscht ja ich habe die 5 vorab investiert weil ich an dalu glaube er muss erst mal gewinnen gegen bollatscht mit 3 hp ja aber dein gegner hat auch nicht mehr so viel klar bandalo der gewinnt das deswegen deswegen habe ich vorab investiert fürs mindset der gegner hat auch nicht voll hp nee aber da das machst du das machst du dein glüder Schuss du hast einen grenade launcher nicht mehr da oben oder schade dass wir die inne eigentlich sehen können was der hell was hat er da unten gefunden gerade ah da ist so eine höhle wo der drinnen lag ja ich habe dann das team gerade aufgemacht nebenbei was mich interessiert wie das das heißt er ist über mir ne hey da sagen ne 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 also er war gerade über dir das aber jetzt ganz woanders ja ja die sind also da nur seine höhle und der andere spieler halt war in keiner und deswegen schaut das aus als wenn sie übereinander ja ja ich stream sniper bollatscht wird aber auch den win haben wie soll ich denn die subs verschenken wenn ich den stream von dallo nicht aufmacher dafür also an die ganzen leute also an die ganzen leute in dallo's chat die ganze stream sniping schreiben also der muss doch da sein oder wie hätte ich das denn machen sollen also ich glaube ich sehe mich nicht gewinnen der hat sich gerade gut ausgetanzt oh und der hat Heilung bekommen das heißt der lootet der macht sich die tasche nochmal richtig voll du machst das also da habe ich meine fünf subs falsch investiert das wäre halt schon ärgerlich man kann die doch noch refunden oder haben die das weggenommen gegen uns habe ich gewonnen was hast du denn da ich sehe es auch noch bei dallo im stream wir haben auch leider kein sound hier auf der karte alter das kann doch nicht wahr sein da habe ich die 5 euro äh die 25 euro richtig investiert ganzes geld für person Leute nicht bei mir dallo hat gewonnen nicht ich das hat sehr viel spaß gemacht also echt cool ist echt ein cooles konzept finde ich und auch echt cool umgesetzt ich bin echt gespannt was sie da noch rausbringen und vor allem halt voll insane weil es halt einfach so man kann einfach so runterladen und ausprobieren das halt schon weiß ja wie gesagt also es gibt sehr viele games die ihr austesten könnt wie gesagt könnt ihr euch ja umsonst runterladen entweder von der seite oder mittlerweile im epic store den link findet ihr jeweils unter den streams oder immer mal wieder von den mods gepostet im chat oder automatisch schaut es auf jeden Fall mal an also lohnt sich also es sind viele lustige minigames dabei ich hoffe halt dass man wenigstens später einfach mit einer gruppe connecten kann das würde es halt wesentlich einfacher machen das wäre perfekt wenn das noch drin ist da kannst du so coole Zuschauerformate auch machen hier kannst du Communitygames machen also und keiner muss dafür Geld ausgeben das ist halt das geilste ja du kannst halt diese Communityabende machen und kein also niemand aus der Community muss Geld ausgeben damit er mitspielen kann das ist halt super cool weil das ja sonst immer recht eine krasse Barriere ist für so Communityabende hier wäre noch jedes andere Spiel in einer abgespeckten Version in dem Spiel theoretisch haben wenn sich einer die Mühe macht das nachzubauen hier ist zum Beispiel Nexus War ist ein MOBA Third Person Shooter ist so krass sehr sehr cool und es hat unglaublich viel Spaß gemacht ja also ich hatte auch vor allem bei den Jump'n'Run Games extrem viel Spaß das war das Problem ist ich bin einfach wirklich schlecht in den und ich kriege davon leider Motion Sickness aber auch ich finde auf der Plattform mehr als Glück Spiele in dem ich Spaß habe und der kleine Fortnite-Verschnitt gerade war schon echt nice so ihr zwei dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restabend stimmt ihr noch weiter oder seid ihr auch raus heute bin ich auch raus Lennart ich wüsste auch nicht mehr was ich jetzt noch machen sollte ich geh jetzt noch draußen eine Runde laufen alles klar dann einen schönen Feierabend euch man hört sich bestimmt bald wieder jo gleichfalls war super bis dann macht's gut tschüss 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 Vielen Dank.